hallo und herzlich willkommen heute gibt es mal wieder ein video zum magic the gathering kurz zur vorgeschichte ich hatte die möglichkeit eine sammlung eines magic players zu kaufen die sammlung besteht aus karten von früheren editionen bis hin zu aktuelleren sets wobei hier jetzt keine ultra seltene karten dabei sind die wurden von ihm verständlicherweise bereits vorher verkauft schlussendlich habe ich für die sammlung um die 100 euro bezahlt wobei in der sammlung so circa 4500 karten sein sollen ich habe jetzt nicht genau gezählt aber da sollte so plus minus hinkommen das meiste sind logischerweise kommen und ankommen aber auch einige rares und spezielle karten sind auch dabei für mich war jetzt das ziel des kaufs nicht gewinn zu machen sondern meine sammlung vor allem mit älteren sets oder älteren karten auszubauen und ja deshalb möchte ich eine kleine videoserie starten wo ich diese kleine sammlung ein bisschen durchgehe und später auch in meine urne einsortieren ich werde dabei den fokus eher auf ältere sets auslegen und neuere karte außen vor lassen da es dazu glaube ich mehr als genug content gibt erstmal werde ich pro display so ein video bringen wo ich die karten ein bisschen durch gehe und mal schaue was ich so ergattert habe hoffe ihr freut euch an den verschiedenen artworks genauso wie ich und ich würde mich freuen wenn ihr mich auf diesem weg ein bisschen begleitet ja für dieses video war es das erste mal von mir wünsche euch allen ein frohes sammeln und sehr gute hits bis zum nächsten mal und noch viel spaß beim rest des videos bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018